Beide Mannschaften wieder komplett. Und Paul De Rallo. Auch er schafft es nichts. In die Zeige genommen. Aber er ist doch drin. Fabel Groß kann da außen noch ran. Und der Bann ist gebrochen. Hier sehen Sie Beraldo beharrt von Jesper Dues. Stalkas noch dazwischen. Aber er hat die Scheibe nicht greifen können. Er rutscht sie raus. Und Fabel Groß in Fallen. Sein erstes Tor zu Hause im Friedrichspark. Zwölf Spiele ohne Treffer. Wir haben es vor dem Spiel gesagt. Der pure Ärger Klaus Dijkjas. Weiß nicht, ob er sich über sich selbst ärgert, dass er die Scheibe nicht hat festhalten können. Oder seine Verteidiger, die Groß da noch frei zum Schuss kommen ließen. Aber er ist sauer. Er ist sauer. Und schon ist die Führung der Adler dahin. Eine Schiffel auf dem Weg zum 1 zu 1. Beziehungsweise die von ihm abgeschossene Scheibe. War noch leicht abgefälscht. Durch die Beine von Rosati. Der Pass von Tilkunen. Eine Minute nach dem 1 zu 0. Der Ausgleich. Für die Starwolds. Stolten. 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 Stanton. Karls. Pellegrins. Tomlinson. Und Stanton! Und jetzt wissen Sie, warum er spielt trotz Verletzung. Weil Sie ihn brauchen. Vierte Saisontor. Von Paul Stanton. Klasse Vorarbeit von Dave Tomlinson. Noch bekommt der Querpass. Die Assists austauschen. Für die 24 kommt die 21 rein. Okay. Der Mannheimer. Das 2 zu 1 besorgt. Knapp neun Minuten gespielt. Mit dem zweiten Abschnitt. Vierter Saisontreffer. Weiter. Da.